Falsche Positivität. Kaum etwas wird so oft gepredigt und ist gleichzeitig so gefährlich. Heute möchte ich dir zeigen, was falsche Positivität ist und warum du diese unbedingt erkennen und vermeiden musst. Los geht's. Herzlich willkommen, ich bin André und wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann starte jetzt am besten, indem du den Kanal abonnierst und die Glocke drückst, um in Zukunft kein Video mehr zum Thema Angstbewältigung zu verpassen. Wenn du schon länger dabei bist und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das gleiche tust. Oft wird es gepredigt. Konzentrier dich doch einfach mal auf das Positive. Vergiss deine Sorgen. Sei doch einfach mal dankbar für das, was du hast. Und bei vielen Coaches und selbsternannten Gurus kriegt man mittlerweile das Gefühl, als müsste das Leben einfach nur noch aus einer positiven Kirmes bestehen. Und sobald eine negative Emotion aufkommt oder sobald es Probleme im Leben gibt, muss man diese einfach nur mit einer positiveren Grundstimmung austauschen. Und hier musst du ganz, ganz vorsichtig sein, weil Positivität nicht immer etwas Gutes ist. Stell dir vor, du sitzt auf der Arbeit und erledigst nur die Aufgaben, die dir gefallen. Alles, was dir nicht gefällt, alle Aufgaben, die irgendwie unangenehm sind oder stressig sind, die lässt du einfach links liegen. Das könnten solche Aufgaben sein wie Steuererklärungen oder irgendwelche Abrechnungen. Und wenn du diese Aufgaben nicht erledigst, dann steht schneller, als du gucken kannst, das Finanzamt auf der Matte und dann gibt es richtig Ärger. Und genau so läuft es bei deinen Emotionen auch. Du kannst deine unangenehmen Emotionen nicht einfach links liegen lassen und dich einfach nur mit den positiven Seiten deines Lebens beschäftigen. Diese unangenehmen Emotionen haben ihre Daseinsberechtigung und wollen und vor allem müssen auch verarbeitet werden. Wenn du deine negativen Emotionen einfach nur durch positive ersetzt, dann können diese nicht verarbeitet werden und staunen sich an. Und je länger du das Ganze machst, desto schneller wirst du die Rechnung dafür kriegen. Denn irgendwann ist diese Lüge nicht mehr tragbar und dann werden dich diese unterdrückten Emotionen dazu zwingen, sie zu verarbeiten, indem sie dein komplettes Leben einschränken. Und nur weil du deine negativen Emotionen durch diese positiven Emotionen und durch diese falsche Positivität in den Hintergrund drückst, heißt das nicht, dass diese Emotionen an Einfluss verlieren. Das Problem dabei ist, dass je länger du das Ganze verdrängst, desto eher werden diese negativen Emotionen aus dem Hintergrund, also aus dem Unterbewusstsein heraus agieren, wo sie für dich nicht mehr greifbar sind. Und da fangen die Probleme dann erst an. Negative Emotionen loszuwerden ist eine Sache, aber dann bitte durch eine saubere Verarbeitung dieser Emotionen und nicht durch die Verdrängung durch eine falsche Positivität, die du künstlich aufrechterhältst. Natürlich kann es unangenehm sein, diese Emotionen zu verarbeiten, aber letztendlich ist es die einzig legitime Lösung, um diese Emotionen auch wieder loslassen zu können. Ich habe zwar auch schon das eine oder andere zum Thema Dankbarkeit gesagt, aber ich betrachte das Ganze eher als ein Teilaspekt eines Lösungsansatzes. Wenn du dich jedoch immer nur auf etwas Positives fokussierst, während im Hintergrund die Welt in Flammen steht, dann ist das nichts anderes als Ablenkung und eine Verweigerung, dich mit diesen negativen Emotionen auseinandersetzen zu müssen. Und diese falsche Positivität ist immer fehlende Akzeptanz, weil diese falsche Positivität, wie gesagt, immer eine Verweigerung darstellt, dich mit diesen negativen Emotionen auseinanderzusetzen, sodass du quasi diese negativen Emotionen immer von dir wegdrückst, anstatt sie anzunehmen. Und wenn du meinen Kanal schon etwas länger verfolgst, dann wirst du wissen, dass ich Akzeptanz für einen absoluten Kernaspekt einer nachhaltigen Angstbewältigung halte und für wahrscheinlich eines der mächtigsten Werkzeuge der Angstbewältigung. Aber das Ganze habe ich ja auch schon in meinem kostenlosen Angstbewältigungstraining angesprochen. Falls du das Ganze noch nicht gesehen hast, dann sollst du das Ganze mal angucken. Ich werde dir das Ganze einfach mal unterm Video verlinken. Diese falsche Positivität solltest du übrigens niemals mit einem gesunden Perspektivwechsel verwechseln. Ein Perspektivwechsel kann dazu führen, dass das Problem, ich sag mal, weniger schlimm aussieht, aber das sorgt nicht dafür, dass du das Problem verdrängst, sondern es zeigt dir einfach nur, dass du das Problem als Chance wahrnehmen kannst und daran wachsen kannst, ohne das Problem letztendlich zu verdrängen und durch künstliche Positivität zu unterdrücken. Es ist eine Sache, sich zu sagen, das Ganze ist ja gar nicht so schlimm, ich schaffe das schon und das Ganze einfach aus einer anderen Perspektive zu betrachten und das Problem dann anzugehen oder zu sagen, ich muss das Problem überhaupt nicht angehen, weil es überhaupt gar kein Problem gibt, weil ich ein kleines glückliches Einhorn bin. Und diese glückliche Einhorn-Mentalität sehe ich jeden Tag. Einfach nur immer künstlich positiv sein und im Hintergrund aber immer zwanghaft versuchen, die negativen Aspekte des Lebens gar nicht mehr wahrzunehmen. Und dieser aktive Prozess, diese Aspekte und Emotionen nicht wahrnehmen zu wollen, das an sich ist schon eine Abwehrhaltung, die immer mit fehlender Akzeptanz einhergeht und somit nie eine nachhaltige Lösung sein kann. Wenn du also dein Problem beheben willst, dann achte immer darauf, dass du das Problem auch wirklich verarbeitest und die Emotionen, die damit einhergehen, verarbeitest und nicht nur versuchst, diese durch eine falsche Positivität einfach nur runterzudrücken. Denn durch diese falsche Positivität hast du vielleicht kurzfristig Ruhe. Aber im Hintergrund fängt alles noch stärker an zu brodeln, bis es dann richtig Probleme gibt. Und ich rede hier von Problemen, die dich Jahre oder sogar Jahrzehnte deines Lebens kosten können. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Dazu werde ich dir hier mal wieder das runde Logo einblenden. Und wenn du den Kanal unterstützen willst, dann kannst du das am besten tun, indem du dem Video einen Daumen nach oben gibst, einen Kommentar hinterlässt und das Video teilst. Ganz wichtig. Und schau auch unbedingt nochmal unter das Video in die Beschreibung. Da findest du mein kostenloses Angstbewältigungstraining. Da solltest du auch unbedingt mal reinschauen. Gut, das war es dann von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens nächsten Mittwoch wieder. Bis dann.